Danke, Frau Stachowicz. Und der nächste Redner ist dann Albert Dün von der FDP-Fraktion. Verehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier über verschüttete Milch, weil das Ding ist verabschiedet. Da drin steht, über das geplante Lieferkettengesetz. Warum reden wir hier denn überhaupt so lange? Der Kars ist Bissen. Was soll der Blödsinn? Ablehnen! Sehr geehrter Herr Abgeordneter Dün, würden Sie trotzdem noch mal an Silberpolt kommen? Das war ein Fotofinish, aber selbstverständlich, Herr Mannes, haben Sie noch das Recht, eine Frage zu stellen. Ja, trotzdem, ich habe es ja vorhin gesagt.